Gemeinsam mit Menschen jüdischer und palästinensischer Herkunft kandidiere ich für die Liste Gaza Stimmen gegen den Völkermord. Mein Motiv ist die zunehmende Sorge um den Rechtsstaat. Es geht um Grundrechte wie Meinungsfreiheit. Es erfüllt mich mit Sorge, wenn junge Menschen, die sich für Grundrechte, die sich für Freiheit, Gerechtigkeit einsetzen, eingesperrt werden, strafrechtlich verfolgt werden. Wie es aussieht, gibt es hier Ausnahmen von der Meinungsfreiheit, wenn es um Palästina geht. Dabei ist das, was im Nahen Osten geschieht, nicht ohne Auswirkungen auf uns. Wir leben in einer globalen Welt. Und ich habe den Eindruck, dass es im Westen Politiker gibt, die die Kriegsgefahr überhaupt nicht erkennen, die uns sogar in einen Krieg treiben wollen. Ja, solche Politiker gibt es. Und ich will mit dieser Kandidatur ein Zeichen setzen gegen den offenkundigen Völkermord in Gaza. Es ist eine Schande, dass nach mindestens 40.000 Toten man hier immer noch Ausreden und Rechtfertigungen findet. Dass Österreich zweimal gegen einen Waffenstillstand gestimmt hat. Es gibt keine Ausreden und Rechtfertigungen für zehntausende tote Kinder. Und es ist eine Schande, dass keine einzige Partei in Österreich weit und breit das hier verurteilt, keine scharfen Worte findet, wohl aus Angst, aus Angst als antisemitisch abgestempelt zu werden. Keine Frage, Antisemitismus ist absolut abzulehnen, wie auch Rassismus. Aber Kritik an einem mutmaßlichen Völkermord ist kein Antisemitismus. Das muss klargestellt werden. Wir verwehren uns gegen den Missbrauch dieses Begriffes. In der Liste Gaza geht es um Frieden, um Neutralität, um Gleichberechtigung aller Menschen. Egal welcher Herkunft, welcher Religion, welcher sexuellen Orientierung oder was auch immer. Denn alle Menschen sind gleich und frei und gleich an Würde. Und genau das ist übrigens mit dem Satz auch gemeint, mit dem viel zitierten Palestine shall be free from the river to the sea. Alle Menschen sind gleichberechtigt. Frage, Antisemitismus. Bin communities auf der Welt. Ich möchte noch ein paar Malen. Vielen Dank.